So, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es hier bei Minecraft Feed the Beast Evolved. Das letzte Mal sind wir ein bisschen im Nether unterwegs gewesen, kurz mal im Twilight Forest reingeschaut, während hier immer noch fleißig für uns Stahl hergestellt wird. Lassen wir mal durchgehen, ich habe ein bisschen Energie, drei Stück, nicht zu schnell, aber hier hinten haben wir das Holzdöner, macht nix, das ist nur das Rubberwood, das könnten wir theoretisch brauchen, aber jetzt gerade nicht. Wir brauchen, scheiße, 9, 18, 27, brauchen ja noch mit 27, Refined Iron, aber wenn wir eine bessere Waffe haben, ja, wir müssen unbedingt nach Enderpons suchen, wir brauchen 10 Stück. Was waren es? Ne. Äh, ich weiß gar nicht viel. Müsste ich nachschauen, oder? Mal rechnen. 7 brauchen wir und 3 haben wir. Also nur noch 4 Stück. Und ich habe keine Leiter gebaut. まあ ja, ist es stereotypisch, für mich auch nicht und das sind nicht okay. Also mein vähän, ich weiß gar keine Leiter, utan ich mache das prop VR-Map, aber es ist nicht auch ein bisschen ohne Machado, wie ihr es euch schon tolles verdeckt celst du te麼 bin, wenn es uns eins von tief rum liver sú, und erklärt es nicht zu weit, dass wir esия Manager im Cub問 hat, weil wir einen제를奏 ver voila, wir machen, aber wir werden Genau. Und so. 12 Stück da mit so einem Durchkommener. Hoffentlich. Im Notfall. Wo ich mein Crafting, mein mobile Crafting Table. Und wieder zurück in den Lernern. Dann wird er ein paar Minuten versaut. Naja. So zur Gässlichkeit bestraft. So. Das Lerner ist wenigstens ruckzuck. Ups. Jetzt haben wir's. Also wir kommen wieder raus. Hier wird man auch... Keine Enderpanen. Uh aufpassen. Keine Enderpanen. Schade. Jetzt haben wir so Glück mit den Truhen. Die haben wir schon. Da ist der Sandbaum wahrscheinlich noch. Äh schon. Kleine Truhe. Da waren grad Wither. Ah da draußen ist ein Beehive. Puh. Puh. Dias. Ne Dias. Amo. Die kann man jetzt auch da zurück machen. Mir summt sowas im Ohr. Ich glaub da drüben. Die Bienen mögen das nicht, wenn ich da so nah dran bin. Äh. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich soll das ganze Zeug mal zwischenlagern. Ups. Äh. Den nehmen wir mit. Den brauchen wir nicht mitnehmen. Ich hab keinen Eimer gemacht. Jep. Kann ich schmalzen. Kann ich schmalzen. Geil. Gut. Dann gehen wir wieder in die Richtung. Kann man jetzt ihre Schlähen drohen. Okay. Da ist ein Blaze. Blaze Rods brauche ich jetzt grad eigentlich nicht. Okay. Wo ist der Agro auf mich? Ah. Wahrscheinlich wenn ich hier hochkomme. Jep. Da sind sie. Truhe. Das steht schon wieder. Bin jetzt in der gleichen Truhe. Ne. Ich hasse Diamanten in der Pferderüstung. Kann man nicht. Ah. Ähm. Kein. Haben wir ein Uncrafting Table drin. Im Modpack. Ja. 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 Ganz cool bleiben Leute. Eini. Der Schutz. Brrrr. 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 Enderpawn. Ich brauche einen. Da ist echt direkt ein Beehive daneben. Scheiße. Den müsste ich wahrscheinlich platt machen. Damit ich hier meine Ruhe habe. Brrrr. 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 Dann hier wieder hoch. Brrrr. 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 Dann hier draußen. Genau. Dann müssen wir mal hier runter. Brrrr. 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 hier geht es raus. Danke. Du hast mir keinen Place Road gegeben hast, du Drecksack. Das ist nix. Bin ich hier echt nicht weitergekommen? Hier war es. Hier war es, wo ich nicht weitergekommen bin. Aber da war ich noch nicht. Machen wir uns mal eine Tür ein. Ah scheiße. Da kommt direkt ein netherrack. Ja klasse, das ist ein spinn. Oh, dann können wir uns einen Feuerbogen machen. Äh. Braucht es jetzt nicht unbedingt. Äh. X. Obest Level. Okay. Äh. Ach scheiße. Das kann ich ja nicht. Das ist drauf. Setz mal so dran. Äh. Wir gehen jetzt am besten, wie so eine Netherfestung aufbaut. Nicht. Ich hab immer noch im Kreis. Okay. Das ist da. Einmal kurz auf die Karte schauen. Wo ist denn der? Okay. Noch ein Charly? Dann nicht. Besser so. Ich gehe nach einer drauf. Jetzt. Hier. Okay. Hier sind die ganzen Bienen. Die wollen alle zu mir. Ich will lieber eher hier hinten. Das sieht es mir besser aus. Da sind Zombieschweine. Hier ist ne Treppe. Da ist ein Beehive. Wow. Da ist ein Bienen. Da ist ne Wisp. Vielleicht doch nicht so cool hier. Hier gibt es so viele Möglichkeiten drauf zu gehen. Ich würd sagen, wir gehen lieber erst mal wieder zurück. Hier haben wir unser ganzes Giraffe mit, was wir gefunden haben. Hier ist ja viel Gold. Vor allem. Das ist schon mal cool. Wir müssen mal schauen, wie wir vielleicht anders an Enderpawn kommen. Vier Stück noch. Das geht eigentlich. Ich penne ganz sicher nicht hier. Ups. Durch einmal durch. Renn, renn, renn. Jawohl, geschafft. Twilight Portal. Twilight Arrival. Ja. Wie sieht es denn aus? Drei Stück. Da ist ne A3. Ah, doch dass das ich nicht da war, waren die Chunks nicht geladen. Also habe ich kein neues Iron. Wir haben der erste fertig. Von vier. Jöi. Äh. Chest ist ganz sicher nicht. Das Rest kann man in Schmiede schmeißen. So. Nimm das auch weg mit einem Schweinesattel. Hui. Ich hab grad gar nicht verteilt. Da ist kein Platz, was es gibt. Aber mit Gold gibt es auch keinen Platz. Doch dahinter. Die sollten auch wegkommen. Nether Brick kommt auch weg. Nether. Das kommt auch weg. Wie viel Enderpawn haben wir jetzt. Drei. Wir brauchen nochmal. Ah man. Na. Wenn ich jetzt so oft drauf gehen würde, wenn ich gegen Enderman ein Fight. Äh. Was haben wir denn hier noch. Rubble. Das will ich noch kurz. Ah. Bauen. Wo haben wir denn unsere Kohle? Egal. Nö. Und Stick. Gebt. Wir fackeln. Oh schade. Jetzt. Sattle. Grad kann man schon wieder nicht vorwärts. Enderpawnlager sein. Die scheiß Pferderüstung. Auch nöt. Dick wird auch nix finden. Der wird auch nix finden. Und Salz wird auch nix finden. War ja schon vorher ganz Zeit drin. Doki Doki Doki. Aber die. Ah. Dass ich das klein machen kann. Äh. Wie komm ich an Enderpawnls? Ähm. Einer Fragment. Ja genau. Ich schmeiß ne Ghast hier in mein Mana Pool. Ja. Runic Dungeon. Wurde ich gar nicht. Sieht aber gerade noch schlecht aus. Äh. Wie viel Dias haben wir denn jetzt? Acht. Oh. War schon mal was. Ja. Da kann ich auch schon was zusammenkommen. Die neun. Wie müssen wir die jetzt bearbeiten? Also. Das war schon der erste Faddechen. Forge. Wir brauchen Dens. Und Dens ist neunmal. Refined Iron Plate. Und Iron Plate ist rolling. Okay. Okay. Äh. Mit den Eisenplatten wollte ich eigentlich mal ne Rüstung bauen. Ganz dick mit mir. Ich hab genug Rüstung. Weiß ja auch noch was mit dem Anfang. Tool Forge. Wir brauchen... Oh man. So teuer. So teuer. Dann brauchen wir... Hab ich überhaupt die Bricks gerade. Ich seh's nämlich nicht. Ich würd sagen. Wir haben nochmal zwei Stoff Stahl. Und das ist Dark Steel. Das kann ich auch. Ich glaub nicht mit Ding ersetzen. Energie hat er noch. Holz haben wir noch. Sauerstoff mal wieder. Ich hab' ich das nicht mehr gerade. Was ist das? Wir machen noch eine große Arme. Da haben wir noch mal ne Rüstung. Das ist nicht nur bei mir. Jetzt muss ich kurz abwarten bis das durch ist. Da haben wir gleich 8. kohle 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 jetzt gerade nacht in der wüste gibt es eigentlich die meiste endermen scheiße wie komme ich da ran scheiß drauf wahrscheinlich kommen wir da jetzt auch nicht hin endermen maschinenrahmen lager smelter reautomatisierung fordschammer haus wir gehen jetzt erstmal über die holzfarm damit ich noch ein bisschen mehr speicherplätze in mein lager bekommen muss jetzt halt auch mal wieder sein ups nächste ja das ist ein bisschen an holz aber noch nicht genügend und die säge mühle brauche ich auch die kostet ja naja der bräuter rockcrusher scheiße aber wir könnten uns ne meine energieproduktion kann ich auch nicht machen weil ich wollte es mit waterwheels machen zumindest mal da anfangen und waterwheels benötigen ähm das wie heißt es den dynamo und beim dynamo braucht man drei refined iron das gebe ich jetzt nicht aus so jetzt haben wir gleich so eine ladung holz na komm jetzt oh ne das ist ein großer baum scheiße wir haben jetzt einfach mal ein setzling rein vielleicht wird es was eher nicht oder bimmelinchen ui hallo oh bing bing woops holz oh scheiße jetzt brauchen wir den hier ok wir brauchen chests und und ein bisschen holzhammer die honor gut machen wir von einem stack mal den truhen knapp der krieg sogar vier stück raus oder jup zwölf weitere draw und jetzt müssen wir mit der kabel und ding verlegen Sekunde Pipes 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 oh jetzt müssen wir neue machen und wo ist das geschnibbelte da da haben wir noch genügend ja schon die ist ja schön komm stell dich auf so hups jetzt kommt die in in dann geht es hier so wieder hoch da und so runter genau na wie sieht es denn aus mal das ganze nachgelegen mal das ganze nachgelegen hups na 23 da ist noch ein bisschen luft jetzt brauchen wir bitte so oh wie heißt es denn heißen sie wirklich Pipes jup jetzt brauchen wir schon stone glass und redstone 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 wo ist denn die Pipes hin da hinten ich glaube 16 stück passen ich habe die Kruste gefunden okay das ist richtig richtige Reihenfolge das versicherung ok 14 mb 12,7 gb weiß ich zack zack das kameran das kameran das kameran das kameran das und suche die im platz dauert jetzt halt immer länger bis der da mal dahinter ist beim suchen das ist vielleicht nicht so geschickt aber egal mal haben wir refined Energie haben wir gerade noch jetzt müssen wir uns umziehen ach scheißen trick 12 haben wir ne noch nicht mal die hälfte aber was ich da ganz gut ist draußen sehe Enderman alles drauf wir gehen mal raus die Wahrscheinlichkeit dass wir drauf gehen ist hoch weil der Enderman da ist doch da schon hallo ups ich bin gefickt ne ach ach schau ne inser der kann sich reinfrauben ne 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 Ich esse erstmal was. Ja. Okay, komm her. Komm. Ja. Ohohoho. Nein, noch eine mehr. Deswegen Leute, hasse ich es bei Nachts, bei Nacht bei Minecraft rauszugehen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich draufgehe, ist wesentlich höher, als dass die draufgehen. Aber egal, wir schauen uns jetzt am zweiten Enderman um. Wo ist der? Scheißdreck. Oh komm. um eine Versammlung. Okay, schieß mal nochmal. Ne. Okay. Dann halt nicht. Wenn das nicht macht. Oh Gott. Oh Gott. Autsch. 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 Ja, Enderpunk. Ohne mehr. Mh. Ich bin den Enderman dahinter angezogen. die sind so geizig warum habe ich so geizig nächste folge geht es mit dem spaß weiter vielen dank fürs zuschauen bis dahin und tschüss